Das ist die verbotene Rainbow Friends Animation. Schaue dieses Video schnell bis zum Ende, bevor es nicht mehr da ist. Ey, wir haben einfach einen Rainbow Friend als Lehrer. Und warum soll die jetzt verboten sein, Leute? So, 3 plus 3. Ich hoffe, ihr kennt die Antwort, Leute. Das ist natürlich 6. Übrigens, wenn ihr mehr Animationen sehen wollt, lasst ein Like da und ein Abo. Und was wählt sie jetzt aus? Okay, geht das hier? Oh nein. 6 Mädels. Guck mal. Oh nein, er macht eine 9. Oh nein. 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 Oh nein. Nicht, nicht, nicht. Guck mal, wie ihr... Alter. Okay, also der Gelbe ist anscheinend echt... Ah, guck mal, jetzt 6. Ah, okay. Macht ihr jetzt deine 6, Leute? Sehr gut. Okay, alles entspannt. Oh nein. Der Rainbow Friend ist ganz schön sauer, der Lehrer. Alter. Übrigens ist die Animation auch in der Beschreibung verlinkt. Also checkt auch den Original-Youtuber aus, ne? Keine Frage. Logischerweise. Und? Was ist denn jetzt hier? Guck mal, die sind hier im Kunstunterricht und jetzt malt sie eine Katze. Okay. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr entspannt. Was macht der Bacon? Was sagt der jetzt? Guck mal, ich habe eine Katze gemalt, sagt der. Und er sagt, jetzt kann man das vielleicht anheften mit Nagel. Oh nein, was macht er? Ah, jetzt wollen die es anheften, Leute. Oh nein. Oh nein, das gibt richtig Ärger, Leute. Schnell, macht das Bild davor. Oh. Oh nein. Leute, was... Schnell, Spachteln. Spachteln. Warum hat die das jetzt her? Warum hat die einfach so Zement am Start, Leute? Oh nein, der Lehrer kommt wieder. Nein. Wenn der das sieht, der wird total ausrasten. Macht doch den Vorhang davor. Macht den Vorhang davor einfach. Glaubt mir, vertraut mir, es ist besser. Oh, es ist abgesperrt, Leute. Der Lehrer kommt nicht mehr rein. Ui, 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 ui. So, jetzt komm schon. Nein, der Lehrer, der kommt nicht mehr rein, Leute. Oh, oh. Nein. Halt den Nagel wieder raus. Und? Sieht er es jetzt? Nein, er sieht es. Und der Riss wird immer größer. Oh. Das hat die komplette Schule kaputt gemacht. Das kann doch nicht angehen, Leute. Die komplette Schule ist dadurch einfach kaputt gegangen. Guck mal, jetzt ist der Lehrer einfach arbeitslos, ne? Ey, was? Und jetzt haben die sogar Hunger. Guck mal, jetzt ist der Lehrer mit einem anderen Lehrerfreund gerade was essen. Und, ey, die Gesichter sind manchmal mal voll lustig, Leute. So, und jetzt? Jawohl, jawohl, schön. Oh, ja. Richtig lecker was essen. Wer kam da gerade, Leute? Nein, die wurden... Was? Die wurden einfach festgenommen? Von Purple? Ich dachte, die ist auf deren Team. Oh, nein. Okay, sie hat sie nur befreit anscheinend. Ich glaube... Ah, guck mal. Esst mit ihr zusammen, sagt sie. Burger, Pommes, Leute. Chicken Wings. Und was ist das? Noch zwei Kartoffeln, oder was? Warum liegen da einfach so Kartoffeln rum, Leute? So, und... Ja, Mann. Schön aufgegessen. Sehr, 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 sehr lecker, Leute. So muss das sein. Hau rein, sagen die. Hau rein. Aber sie sagt, die dürfen noch nicht gehen. Aber warum dürfen die noch nicht gehen, Freunde? Oh. Oh, noch mal eine riesig dicke Fruchtplatte. Deswegen kann sie nicht gehen. Oh mein Gott, die hier spielt nicht Flutninja, oder? Die spielt Flutninja, Leute. Wie cool. Und alter, die Fruchtplatte richtig ready. Chili mit Wassermelone, Ananas, Leute, Orangen, Weintrauben und alles. Und trotzdem habe ich immer noch ein komisches Gefühl von Purple, Leute. Was denkt ihr? Ich habe trotzdem noch ein komisches Gefühl, dass sie die nicht so gehen lassen möchte. So, jetzt geht aber schnell, meine Jungs. Geht jetzt schnell. Sie sagt, wir können nicht gehen. Oh nein, was hat sie jetzt da, Leute? Ist das Nachtisch, oder was? Ich glaube... Oh. Oh nein, Cola. Oh nein. Die haben noch gar keinen Hunger mehr. Und sie sagt, ess das. Oh nein, Leute, die Armen. Jetzt müssen die das alles auftrinken, ne? Obwohl die gar keinen... Guck mal, die sind schon am Wein. Guck mal, die haben... Die sind bestimmt schon bis zum Rand oben hin voll. Oh nein, Mentor ist jetzt auch noch hinterher. Nach Cola. Und so viel Essen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, der Bauch. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh nein. Guck mal, wie die jetzt... Die sind beide geplatzt. Das kann nicht sein, dass die beide geplatzt sind, ne? So, jetzt sind die wieder zurück in ihrem Zuhause. Und haben gerade ein bisschen Roblox geguckt. Habt ihr das gesehen am Fernseher? Oh nein, wer kommt... Ey, der rote Rainbow Friend kommt zu Besuch. Wie cool ist das denn? Und nein, nicht Kartoffelchips essen. Das ist verboten. Das dürft ihr nicht. Das könnt ihr euch abschminken, ja? Keine Kartoffelchips. Oh, jetzt gibt's richtig Ärger. Aua. Oh nein, Leute. Oh nein, die wurden jetzt hier gerade ein bisschen verprügelt. Purple ist wieder da. Und hat sich jetzt verkleidet als Putzfrau. Leute, was? Einfach die Reinigungskraft von denen. Und jetzt macht sie alles ordentlich, oder was? Oh ja. Blitze, blitze, blank, Leute. Ja, ja, sag ich. Er sagt sehr, sehr gut, sagt der rote, ne? Er macht sogar Steak und sowas. Boah, das ist halt richtig lecker, Freunde. Nicht anfassen. Ja, Mann, ey. Was machst du denn? Du kannst doch nicht einfach ins Öl reinfassen. Was macht die da? Hat die sich gerade abgewischt, Leute, mit dem Steak? Oder hab ich das gerade falsch gesehen? Alter Schwede. Oh, jetzt haben wir hier, guck mal. Die Hosen. Aha. Was ist der jetzt da? Nein, er hat nichts zum Anziehen, glaube ich. Und, ah. Die Hosen, jetzt sieht er am Start. Sehr gut. Und ja. Nimm die Hosen. Es ist nämlich keine Zeit mehr. Schnell. Oh. Oh. Okay. Okay, Leute. Oh, was ist da? Was hat sie da? Was hat er da? Geld. Ein Geldbeutel. Und die sagen, okay. Jetzt wird er auf jeden Fall ausgeraubt. Was? Er hat das direkt schon organisiert? Die. Was? Okay. Alles klar. Oh nein. Was ist denn jetzt los, Leute? Jetzt hat er das komplette Ding ausgeraubt. Den kompletten Park, glaube ich, ne? Warum ist der zu wütend? Was hat er gemacht? Leute, das hat er... Wo geht der hin? Alter, warum hat der so einen Riesenkanonball? Nicht aufs Haus werfen. Warum? Warum hat er das gemacht, Leute? Warum hat er das einfach da raufgeworfen? Oh Gott, das ist noch weiter religiert. Die Bank ausrauben, oder was? Und der Lehrer hat einen neuen Job. Er arbeitet bei der Bank. Und er wird direkt wieder ausgeraubt, Leute. Das kann doch nicht sein. So. Gebt mal all das Geld. Da geht es natürlich rüber, Leute. Weil was sollst du sonst machen, ne? Du sollst wieder sagen, nö, kriegst du nicht. So, und die Polizei ist aber schon auf dem Weg, Leute. Hahaha. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Tja. Damit haben die mich nicht gerechnet. Und die Polizei ist hier direkt vor Ort. Oh, oh. Oh nein. Und jetzt, guck mal, wie die jetzt hier wieder loslegen, Leute. Schnell. Lauf weg. So schnell, wie ihr könnt. Und, oh, was macht sie jetzt da, Leute? Oh. Wow. Guck mal. Voll verwirrend auf einmal. Und jetzt düsen die richtig schnell weg. Sehr gut, Leute. So muss das. Hauen die richtig schnell ab. Und er sagt, okay. Ich werde jetzt Verfolgung aufnehmen. Motorrad. Ein gelber und ein Bacon-Head. Und, Alter, die schießen. Leute, die schießen einfach auf das Motorrad. Das ist ja mega verrückt. Oh. Kann er ihn anhalten, ist jetzt die Frage? Oh nein. Leute, das ist gerade gar nicht. Oh. Hör auf damit. Das ist nicht gut, Kollege. Lass das lieber sein. Das ist. Nein. Oh. Oh. Oh mein Gott. Der ist auf den drauf. Nein, jetzt wird er verprügelt. Aua, 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 aua. Mit dem Stock, Leute. Kann Gelb irgendwas machen? Nein, der ist hinten drin. Und ist am Wein. Und ist gefangen, Leute. Das kann doch nicht sein. Oh Mann, ey. Aaaa, sagt er. Aaaa. Und dann springt er auf sein Motorrad drauf. Oh. Oh. Er ist jetzt im Müll und wird auch verhaftet, Leute. Niemals eine Bank ausrauben, ne? Guck mal. Der Lehrer kriegt so das Geld wieder zurück. Echt mega gut von dem Polizisten, ne? Die echt sehr gut. Nein. Das war ihr Motorrad. Kann man dir jetzt irgendwie nicht ein neues Motorrad oder sowas kaufen, Leute? Guck mal. Der hat auch ein Motorrad quasi auf seinem Tisch da drauf, ne? Jetzt wird hier ein bisschen Fußball gespielt. Der Lehrer ist ja wieder am Schlafen. Aber er wird von kleinen Kindern draußen genervt, die jetzt anscheinend draußen Fußball spielen. Oh. Nein. Nein. Oh. Gut gefangen, muss ich sagen. Das hätte auch richtig, äh... Er macht den Ball kaputt. Das ist ja richtig doof von dem, Leute. Aber macht er denn einfach den Ball kaputt, ey? Das kann doch nicht angehen. Hä? Äh? Oh. Oh. Ich glaube, der wurde ein bisschen... Oh. Der wurde ein bisschen fertig gemacht, der grüne, Leute. Aber er hat eine Idee, um sich zu errichten. Okay. Und das gefällt den anderen beiden auf jeden Fall. Es scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Plan zu sein, Leute. Oh. Klingelstreich. 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 Oh. Der Lehrer denkt sich so, ähm... Was? Wer hat die geklingelt? Wer ärgert mich hier? Oh, guck mal. Leute. Ihr müsst jetzt nochmal klingeln. Oh. Und jetzt guckt ihr wieder auf dem Fenster und es ist wieder keiner da. Hahaha. Wie die sich tot lachen, Leute. Hahaha. Ey, ohne Spaß. Das sollte verboten sein, sowas, ne? Klingelstreich. Oh nein. Orange. Orange. Was machen die jetzt mit Orange, Leute? Nein, es war ein Klingelstreich ganz oft. Oh nein. Es geht jetzt alles Orange ab, oder? Oh. Der Briefträger. Bitte nicht. Nein. Nein. Wer haut Orange, Leute? Der kommt dafür doch gar nichts. Guck mal, der Arme. Und er hat das komplette... Ey, er hat sich komplett gerecht und das Haus abgebrannt. Und der Lehrer ist komplett obdachlos jetzt. Hahaha. Und hat er wenigstens neue Post? Hm. Oh, jetzt laufen die ganz vorsichtig vorbei. Als wäre nichts gewesen, Leute. Hahaha. Das soll es in dem Fall gewesen sein. Wenn ihr von der Merse möchtet von so coolen Animationen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Check gerne die bei mir aus. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao.